Moin Moin Leute, und das sind wir wieder bei Let's Play Klopapier. Yeah, willkommen. Welcome back. Ja. Warum ist immer Gemeinde? Ja, weiß nicht. Ich finde, das ist irgendwie meine Gemeinde, unsere Gemeinde. Community trifft es ja besser, oder? Ja, nein, ja, Community ist doch so englisch, Mann. Gemeinde, ich finde Gemeinde cool. Das ist unsere Gemeinde, unsere Zuschauer, das sind unsere... Willst du mal was sagen? Das einzige Wort, das ich in Englisch kann, ist Community, und du sagst, das ist schlimm. Willst du mich beleidigen? Nein, will ich nicht, Schatz. Nee. Du bist aber mein bestes Pferd im Stall. Ja, am besten zum Schlachten, ne? Als erster zu Salabe und Lieberkies. Ja, genau. Das essen wir beide am liebsten. Ja, es gibt da, wie gesagt, nur mal so kurz, ein kurzes Thema zwischendurch, es gibt da in der Zukunft viele weitere Projekte, die da kommen werden, offen sind, und ja, lasst euch einfach überraschen, da kommt wirklich echt vieles. Es kommt vieles Neues, es kommt vieles, nicht nur von uns, sondern generell aus unserer Community. Genau. Uns würde es echt freuen, wenn ihr einfach... Weiterhin dranbleibt. Ja, weiterhin dranbleibt, cool dabei seid. Und lasst euch wirklich überraschen, es kommen immer wieder neue Sachen. Genau, ein paar neue Projekte haben wir am laufen. Die sind schon am anlaufen, quasi. Auch, abgesehen, dass es nicht nur Minecraft, es kommt auch noch viel mehr an da ist, also, wir wollen ja Multitasking. Genau, genau, genau. Bei Minecraft. Das sind die Multis, die Multis, die Multis, die Jungs, die Multis. Genau, da können wir ja dann, äh, müssen wir dann danach beraten. Oh, mir ist schon wieder so warm, wir müssen mal was machen, wir laufen ja dumm hier hin. Wir sind hier in einem Technik-Let's-Play und was machen wir hier? Erklären wir mal unser schönes Rollstuhlsystem. Ja, ja, okay. Nichts gegen Rollstuhlfahrer. Nein, das ist cool, weil es so schön ist. Hier haben wir zwei schöne Türen, ich habe das Programm dieses Mal angepasst, das funktioniert. Genau, und willst du so drücken, oder soll ich drücken? Du darfst, du hast die Ehre. Okay, also Player, Detektor, Computer, wie wir das schon in der letzten Folge erklärt haben, und jetzt haben wir das so gemacht, beziehungsweise unser Adcrafter, weil er hat mir das erklärt, aber er hat es gemacht, ich will ja nicht die Lowerband da einheimsen. Ja, die du doch nicht. Rechts klicken, und es geht nur diese Tür auf, wie ihr seht, es geht nur diese Tür auf und auch nur dieses Förderband an. Das bleibt zu, äh, das bleibt, ähm, die Tür bleibt zu und das bleibt aus, und, ähm, damit es eben nur runter geht, und die Tür geht auf. So, jetzt sind wir unten, und jetzt, und die geht auch automatisch wieder aus. Nach 13 Sekunden wieder aus, ja. Genau, und wenn wir jetzt hier unten drücken, geht eben nur die rechte Seite an wieder, zum Hochkommen, und auch nur oben die rechte Tür auf. Die linke ist jetzt noch offen, weil Adcrafter gerade unnötig ist, aber es geht nur die eine Tür an. Guck, jetzt ist die zu, zack, und so ist das halt ein schöner Eingang, ein anderer Eingang, äh, ja, hier packt es gerade ein bisschen. Und das kann auch kein anderer User hier draufklicken, also man sieht hier unten, wer alles draufgeklickt hat, ModFall und Globopier. Genau, können also nur wir auf Zugriff und auch nur wir können so in unser AKW gelangen. Genau, und dafür wollen wir jetzt noch mal ein paar machen, weil das soll ja langsam, aber sicher wird es immer erweitert. Ja, gehen wir mal das Innenleben von Rakt auf, zeigen, das haben wir schon gecraftet. Wir werden aber warten, bis hier die Zeit um ist, ja. Wir haben das Innenleben schon gecraftet, weil das dauert immer so lang, die ganzen Heat-Komponenten und das ganze Craften. Ja, das ist nur Kupferverschleiß. Genau. Hier ist unser eine Sektörchen. Wir haben das Overclocker-Heat. Genau, Overclocker-Heat-Vent, Komponent-Heat-Vent und Komponent-Heat-Changer. Exchange-Ware. Genau, das gibt eben das Layout. Ja, das haben wir uns, wir haben da so eine Seite. In der Internet. Craft hat das hier gefunden, ich hatte da ein paar andere, aber wir haben uns auf das hier geeinigt, auf das Layout. Und wenn ihr wissen wollt, wie das Layout, also was die einzelnen Daten von dem Layout sind, zum Beispiel, was ihr an Kupfer braucht oder was das herstellt, wie lange das Layout läuft und so weiter und so weiter. Dann schreibt es einfach in die Kommentare oder schreibt einem von uns eine Privatnachricht. Und dann schicken wir den Link. Schicken wir dir das. Genau, oder vielleicht packen wir es sogar in der Videobeschreibung mal drauf. Ja, genau. Genau, und hier in der Mitte, die zwei jeweils, da kommen ein zweimal Quad-Oranium-Zen rein und liefert, ich glaube, 360 EU alles zusammen. Ja. Weiß ich nicht mehr. Und die Ecken bleiben einfach leer. Gleich hat man so ein bisschen diese Sachen, diese, halt hier so alles, Zinn, Kupfer. Zinn, Kupfer. Viel Kupfer hat es gebraucht. Sehr viel Kupfer, muss ich sagen. Für die ganzen Kupferplatten, weil du brauchst ja acht Kupfer pro Platte. Hier ein bisschen Gold und hier wieder Kupferdents. Da brauchen wir acht Kupfer pro Platte und das ist halt schon. Ja, genau. Und das dauert Arsch lange, bis das mal irgendwie. Und dann haben wir noch die MFSU, die ich damals mit euch gecurvedet habe. Ja, und da liegt hier unten. Und hier steht er schon mal, hier steht er schon mal. Hier unten, ich will das mal zeigen. Was? Das erste Kabel. Ja, das habe ich drüben schon gezeigt, wo der steht. Hier haben wir uns langgelegt. Da kommt dann einfach an das Kabel der zweite Reaktor noch angeschlossen. Genau. Kann ja beides über ein Kabel laufen, ist ja egal. Und hier hinten? Hier steht er. Ja, wer steht da? Ja, der. Der Kabel. Der Kabel steht. Okay. Da steht er. Da kommt es auf jeden Fall raus. Da fängt die Verarbeitung einfach an von dem Hauptstrom. Kannst du nochmal einen Block hinstellen, damit ich... Ne, eins weiter drüber. Ne, hier so, meinte ich. Rüber, nicht drüber. Damit die MFSU richtig steht, so. Damit der Ausgang gleich hier ist, dass wir ihn hier gleich dann oben anschließen könnten. Wenn wir natürlich Kabel hätten. So, dann holen wir mal Quadrantzellen, nehmen wir die ein paar in Betrieb, oder? Ja, können wir einfach mal ein bisschen Strom produzieren. Mehr als wenn Luftflink kann er eh nicht. Ich finde das geil hier. Ist mal echt eine ganz andere Sache. Ich finde es total geil. Vor allem mal so ein Reaktorzugang, so von oben mit Wörterbänder, echt genial. Genau, und da kommt noch viel, 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 viel mehr. Ich nehme mal Kabel mit, Glasfaser. Dann nehme ich die Uranzellen mit. Genau. Ich kann mir das gleiche an unser Hauptsystem anschließen. Meine gute Verkabelung. Genau, deine gute Verkabelung. Ich möchte das Programm noch umschreiben, dass wenn du, weiß ich nicht, drei Sekunden später drauf drückst, dass er dann wieder von Null anfängt. Ja, das wäre gut. Einen Schalter bräuchten wir noch. Die Reaktoren muss man jetzt einschalten. Ja, erstens das und zweitens müssen wir doch die Dings machen, noch diese... Ja, die bräuchten wir dabei nicht. Das Setup läuft auf Null Grad. Nein, 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 nein. Ich meine diese Heat Control, oder wolltest du die nicht machen? Ja, die machen wir dann. Da kann der ja schon laufen. So. Ich gehe Schalter holen. Wißt du, ja, ich packe es schon mal rein. Ja, packe. Geht die noch nicht. So, hier ist er durch. Der kann ja in der Zwischenstadt laufen, wir sind eh online, also es wird ja hoffentlich nicht in die Luft fliegen. Sind ja eh in die Chunks. Ich gehe gerade wieder anzellen. Die werden auch hier wieder Kupfer, 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 Kupfer. Also das ist alles so extrem kupferlastig, hier so ein Reaktor. Das ist echt heftig. Aber eigentlich doch wieder relativ billig, ne? Kupfer findet man ja in Massen. Wenn man natürlich auch meine geht. Wir haben ja mal das oben an unser Stromsystem. Ja, meinen, ich gehe meinen, das ist schon echt Frechheit. Ja, also du bist, ja, sagen wir mal, fünfmal so viel meinen wie ich. Gib's ja mal zu. Ich gehe auch häufig meinen, ne? So, hast du drinnen? So, gerne. So, und dann, zack. Guck da, mein Stuhl. Ach, dass ich keinen Stuhl bekomme. Ah ja, mein Ferrari habe ich heute auch gekauft. Ja, genau, du hast ihn schon, ich noch nicht. Aber weißt du, wie geil das aussieht, dass so ein schwarzer Stuhl mit Dynamitenrot, das ist so richtig wie ein Autositz. So ein Sportautositz, der gefällt mir voll geil. Richtiger Ferrari. Ja, so richtig ein Ferrari. So, und es fließt kein Strom. Passiert gar nichts. Aber er produziert. Passiert gar nichts. Wahrscheinlich irgendwo ein Kabelloch oder sowas. Kabelloch? Ja, sprich, nicht über ein Kabel eingesetzt. Äh, meine hier, meine Katzen, die drehen hier total an der Uhr. Also, meine, das ist ja echt hier. Voll für die Katzen. Schau mal, ob hier bei Raktor, schau mal, ob bei Raktor das Kabel ist. Jetzt drehen sie voll an der Uhr, wenn ich hier anfange aufzunehmen. So, nö. Nicht am Rakt angeschlossen, oder? Jetzt, oder? Ist das jetzt angeschlossen, oder nö? Nö, der verbindet sich nicht. Der verbindet sich nicht. Ach, verbindet er sich vielleicht nur seitlich hier oben irgendwo? Nö, auch nicht. Ja, nö. Haben die da wieder was geändert, oder wie? Na, super. Hätte man mal testen sollen. Ja, da sieht man halt dran, dass... Ja, oder, dass es vielleicht nur mit diesem High-Voltage-Kabel funktioniert. Oder vielleicht durch Quächtüch irgendwas. Super konjunktives, kack mich, Hosen-Drecks-Kabel an. Aber warte, ich hab mal ne Idee. Komisch. Ich hol mal einfach... Kann ich ausschalten hier wieder, oder? Ja, jetzt kannst du mich ausschalten, aber das bringt nichts. Wie ist denn aus? Nach oben oder nach unten? Nach oben. Ich hol einfach mal einen MV-Transmitter. Du weißt, wie schnell, der war ja nicht zu schwer, oder? Äh... Vielleicht können wir mit denen das irgendwie... ...machen. Was können wir denn? Äh... Haben wir doch irgendwo Refinite Eisen nach oben? Vielleicht mal hier noch... Wir müssen noch so einstellen, dass Fahrstuhlmelodie losgeht, wenn wir hier mit dem Ding hochfahren. Warte, ich spiel mal die Spinnen um. Die gehen mir doch wieder auf den Sack. Ja, das ist echt katastrophal mit den Tieren da, ey. Sack brennt, ihr Vieh. Ah ja, du hast ja... Das Feuer! Das göttliche Feuer hast du. Das Feuer von Igis, oder nee, wie heißt das? Ja, genau, ja, Igis, oder nee? Keine Ahnung, Ignis. Was macht denn unser Adcrafter hier? Nee, wir brauchen ein Goldkabel. Gerade aufgefallen. Was, was, was wollten wir denn nochmal? Wir wollten, was wollten wir denn machen? Ja, wir haben gesagt, ein bisschen Logistik-Pipe, aber inzwischen doch wollten wir. Was wollten wir noch? Warte mal, ich mach nochmal diese... Ach, diese... Genau, jetzt hatte ich es sogar noch hier drin, schön, diese Remote-Sensor-Kit. Ah, genau, hast du ja früher noch gesagt, ach du Trottel. Genau, die kann ich schon anfangen, äh, das. MV, vielleicht können wir das mit MV irgendwie machen, überbrücken. Mal testen. Ich hoffe, dass das klappt. War komisch, dass das nicht mehr geht. Wahrscheinlich laden sich die Zuschauer schon so ein runter und denken sich, ach, ihr seid voll Trottel. Guckt dir die zwei Idioten an. Genau. Nee, ja, ich hab da echt keine Ahnung, man muss... Ja, Fehler passieren. Aber, das kann, das kann nur angewechtigt liegen. Ja. Aber gleich, Katze, gleich. Hier, gleich. Katzenbraten, wenn du so... Mmh, lecker. Ja, aus. Ja, aus, ja. Nee, kommt noch immer kein Saft. Doch, gerade. Hm. Katzen. Schafft euch keine Katzen an. Waren euch wahnsinnig. Ich sag... Mach ich eh nicht. Ich bin kein Katzen. Aber, jetzt gerade im Moment, weißt du, da fängt man an aufzunehmen. Vorher liegen sie schön am Sofa und... Dann nerven sie, ne? Machen nix, weißt du? Null. Und dann fängt man an aufzunehmen. Dann fangen die an und... Nerven einen die ganze Zeit. Werden wach. Und platzen an der Tür und... Ja, ausflippen. E-Honad-Polz hab ich. E-Honad-Polz. Ey, wollt ihr mich verarschen? E-Honad-Polz. E-Honad-Polz. Okay, warum der Reaktor jetzt nicht funktioniert, weiß ich leider nicht. Ups. Was denn? Nix, nix. Ich hab ne Reaktor-Kamm abgebaut. Was? Weil jetzt nicht den Reaktor die Luft gejagt. Nee, nur die Kamm abgebaut, aber da hab ich schon grad dran. Okay, ich hatte da ein bisschen Angst. So, der Reaktor läuft aber. Wie kids brauchen wir denn? Was? Wie kids? Zwei. Pro Reaktor ein. Na okay. Egal. Der Reaktor läuft nicht, also haben wir Pech gehabt. Ja, das müssen wir mal testen, was da... ...warhaupt nicht läuft, ey. Das hat sicher irgendwas mit Gewechtes zu tun wieder. Hat sicher irgendwas mit HV, dass ein HV-Kabel dran muss. Ja, aber was für ein... Oder das ist ja super Konjunktiv-Pipe von Gewechtig oder so. Keine Ahnung, ey. HV-Kabel. 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 Vierfach isoliertes HV-Kabel. Zweifach isoliertes. Okay, dann machen wir das mal so. Versuchen wir einfach mal aus der Glück. Vielleicht ist es doch HV-Kabel. Man weiß es nicht. Ob... äh... ...wann hier? Rief er nicht eisend. Ach ja. Ach ja. Ja, okay, gut. Das müsste das hier sein, oder? Genau, das Fette. Vierfach isoliert. Wie immer an einem anderen Table. Ist mir... Ist mir auch egal. Ich hätte da nur... Das kann ja nicht sein, ey. Das braucht man doch schon mal für ein Teil dafür, ey. So. So. Und zweimal. So, jetzt haben wir das Kit hier. Baby. Das verbindet ja auch nicht. Ja, da ist doch irgendwas. Ist da doch. Regelkonform. So. Ja. Ich habe da mein Schwert weggeschmissen. Nee, okay. Da muss irgendwas mitberüchtig sein. Dass sich da wieder irgendwas geändert hat. Genau. Hier, die hatten wir ja das letzte Mal auch gebaut. Die Monitore. Und zwar wollen wir da einfach, ähm... ...Übersicht haben, direkt wenn wir hier unten in unser Räumchen reinkommen. Äh... Linker Reaktor, rechter Reaktor. Hier wartet schon was auf uns. Morgen, Herr Enderman. Herr Enderman! So, Schwerti, wie hast du dir denn überlegt? Hier an die Wand, oder? Weiß ich nicht, wie am besten. So irgendwie, auf alle Fälle schwind, symmetrisch irgendwie, ja. Genau so. So. Reaktor 1, Reaktor 2. Da ist nicht nur eins in der Mitte zusammen, äh, dann hängen die zusammen, gell? Ja, ich glaube. Ja. Warte, wie viel haben wir denn da noch? Drei. Ja, dann bitte können wir nur einen dritten machen, der vielleicht irgendwie Gesamtübersicht zeigt, oder so, vielleicht. Aber wie willst du das machen? Wenn ich jetzt hier noch einen hinmache, verbindet es sich komplett. Ah, okay. Ein Riesenbildschirm. Ne, das ist kacke. Oh, meine Spritzhacke kloppt schon wieder hier. Alles weg. Wieder alles. Gut, ich hoffe, ich... Ja, so ist aber doch schon mal... Ja, das habe ich mal überblickt, genau. So, da wollten wir einen hinmachen und hier oben wollten wir auch einen hinmachen. Das, wenn wir die Treppe runterführen, dass wir gerade so ein bisschen... Seht, hat mir ein bisschen Zeit, ne. So. So, mit einfach nur hauptsächlich Temperatur oder so gerade. Nichts Interesse. Ja, Temperatur und eventuell vielleicht Strommängel oder so. An, off. Ja, super. Ach, weg da. Hier unten noch zu machen, damit ich weiß, dass da noch Stein hin muss. Genau, mein Routerfert sieht man da schön auch kurzfristig. Ja, das ist... Hier oben steigt man ein, wir haben einen schönen Blick da draus, so. Mal gleich dessen. Aber das könnte eigentlich auch ein Stück weiter runter, oder? Ja. Ja, so langsam wie es geht. Ich würde jetzt eistiefen machen fast, ja. Ich würde es auch sagen. So, dass man noch ein bisschen länger Blick da drauf hat. Genau, den da weg würde ich machen. Den da vorne weg. Genau. Dann, hier oben drauf oder noch eins tiefer? Nö, hier oben. Wow, da ist tiefer, weil das sieht man von unten und von oben schön, ja. Und oben steigen noch. Warten wir. Warten wir hier oben. Was ist denn hier noch? Genau, das ist mal hier so, quasi, wie wenn man hier, wenn man jetzt drückt. Dann hat man lange Zeit und kann gucken. Ah, okay, ja. So viel Karte, bla bla bla. Oder ist schon besser. Oh, das passt. Weil jetzt kommt hier unten natürlich noch mehr hin, außer nur der Reaktor. Schätze mal. Ja, ja, ja. Falls jetzt jemand denkt, wir haben hier unten die Monitore. Wahrscheinlich kommt hier noch ein Gang nach rechts, nach geradeaus, nach oben, nach unten. Keine Ahnung. Ja, hier kommt auf jeden Fall noch einiges. Wir brauchen ja Platz, also. Das ist schon in unseren Gedanken, aber da müssen wir halt, wir wollen halt nicht tausend Sachen vorkräften. Erstens vorkräften und tausend nicht, ach, unser Blut. Ich habe vergessen, meinen Chat auszuschalten. Naja. Ja, ich auch. Tausend Sachen vorkräften und auch nicht tausend Projekte anfangen und dann keins fertig kriegen. Also schon mal immer so kleines anfangen und ein bisschen fertig machen. Wobei der Reaktor halt echt schon ein Großprojekt ist am Ende. Das werden wir nebenbei einfach so laufen lassen, sodass das dann nochmal wieder eine Folge Reaktor und eine Folge wieder andere Baustelle ist. Laufen tut er ja schon. Nur halt Strom liefert er keinen. Ja, da müssen wir uns nochmal hinsetzen und mal schauen, was da noch ist. Also die Remote Sensor Kits habe ich gemacht schon. Ja, lassen wir die nochmal. Tessen wir lieber mal, dass das alles läuft vorerst. Ja, ich tue die mal wieder ins System packen. Bisschen unsicher. Ja, ich würde sagen, wir werden dann einfach fürs nächste kleine Projekt oder laufende nächste nebenbei kommende Projekt vorbereiten. Bisschen Logistik bei, wollen wir noch einbringen. Ja. Haben wir ausgedacht. Ja, ich baue Logistik-Power-Junk. Ne, ich baue erstmal Basic Logistik-Pipe. Brauen wir erstmal. Wir brauchen Chipsätze, wir brauchen goldene Chipsätze. Ja, warte. Gold Chipsätze, Weizdorn und Gold. Können wir das gleich mal machen. Da brauchen wir richtig einige von. Eisen Chipsätze habe ich ja schon mal gemacht damals. Ja, wir brauchen ja mehr, wir brauchen ja nicht nur Gold, sondern wir brauchen Diamanten. Halt. Das Schaf. Das rote Schaf. Ja genau, jetzt hat der eine oder meine Kommentare geschrieben, wir sollen Rubiner nehmen für Energiekistalle. Nein, werden wir nicht. Erstens haben wir genug Diamanten und zweitens habe ich das Rezept deaktiviert. Ich bin fies. Was? Nein. Ja. Du kannst nochmal die Rubine nehmen als Dings. Die Rubine? Haben wir auch genug. Ja, damit kannst du normal als Stadt einen Diamant nehmen, bei Energiekristallen. Okay. Stimmt, da habe ich letztens auch irgendeinen User, war das Nylod? Ich weiß nicht. Bluelad war das. Oder Bluelad, genau. Irgendjemand hat das gesagt. Ich habe das gar nicht ausprobiert. Ist das durch das Crack-Tag gekommen? Genau, durch Crack-Tag. Und da habe ich dann, Bluelad hat das gesagt zu Nylod, er macht die, nee zu IP-Main, er macht den MFS-U, weil er hat so für Rubine. Da habe ich gesagt, na, da freu dich. Da habe ich gesagt, ja, ja, und weil ich ja gewusst habe, dass das deaktiviert ist. Jetzt will ich mal erstmal unser Laser-Räumchen hier in Action. Ach, yeah. Das Problem, was wir haben werden, ist hier Energie, Hammer, nicht viel. Worüber läuft denn das? Hier drüber. Stellt mal das mal aus vorerst. Ja, ich weiß schon warum. Aber lasst mal trotzdem mal aus. Weil wir oben die Energiezelle... ...befüllen, glaube ich. Nee, die ist voll, okay. Jetzt jetzt hier... Hier rein. Direkt umgewandelt und geht hier in die Laser. Okay, dann passt. Hier müssen wir auch mal noch was hinmachen. Also vier Motor, das ist zu wenig. Gut, wir können jetzt eh bei Logistik-Pipe nicht weitermachen. Wir brauchen erstmal diese Chipsätze. Ja. Wir könnten das zwar mit Goldrädern machen, aber es wird wesentlich länger dauern. Lass doch mal hier noch ein paar Engines hinmachen. Genau. Aber was, wenn wir nicht mehr Strom und dann ja was anderes? Momentan haben wir ja genug Strom, wir haben auch kein Pio oder sowas. Ja, da müssen wir uns dann auch irgendwann mal drücken. Auf jeden Fall wäre dafür, dass ich erstmal meine Katze gleich aus dem Fenster schweiße, weil die mir voll auf den Knife geht. Ja, Steam könnte man mal machen, ein bisschen was, aber das ist halt alles ressourcenfressend. Aber wie kommt man an das Steam? Das ist die andere Frage. Mit dem Steam-Boiler. Aber da braucht man natürlich wieder Benzin oder sowas. Na, blub, ja. Also, ich sag mal jetzt, dann Energie ist eigentlich so die Sache, die wir auch irgendwie nicht mehr so viel haben. Da kann man Basten entschieden. Trotz uns. Da habe ich auch noch Schluck auf. Also heute ist ja mein Tag. Ja, echt super. Heute ist mein Tag. So, dann können wir mal schlafen gehen, oder? Damit wir uns, äh... Ja, wenn sich die anderen auch ins Bett legen. Ja, die müssen. Aber braun da. Die müssen. So. Ich bin hier in mein Bett. Was habe ich in der Talle? Auf Augen, Mädels. So, nimm mal an ihr. Ja, da seht ihr auch hier ein schönes, ähm, Plugin, was wir da aufhaben. Das zeigt uns einfach mal schön, wer hier sich ins Bett legt. Und die Gelben, die sind noch nicht im Bett. Genau, theoretisch könnte man da auch machen, dass die automatisch gekickt werden, aber das wollen wir ja natürlich nicht. Genau, deswegen übernehmen wir das einfach. Genau. Verstehen. Jetzt reden wir unser Nylord. Entschuldigung, Nylord, falls du dir das anguckst. Ich liebe dich. Bist selbst schuld. So. Äh, hätten wir das auch erledigt. Genau, dann... Was wollten wir jetzt? Energie, ja, wie machen wir das? Energy, ja, wir brauchen unbedingt... Jetzt baut sich Energie auf am Tag. Am Tag. Aber trotz, dass wir so viel Energie da oben haben, das ist echt heftig, was die Energie... Engines brauchen. Ja, wenn sie die Engines brauchen, ja, ich glaube, ein Engines 17 EU oder so. Warten wir das mal um. Ja, Bro, Tick. Ja, klar, ist immer Bro, Tick, das ist egal. Das ist die Kran-Kran-Kran-Kran-Kran. 64 128... Und wenn wir da... Was machen wir denn für Engines hin, ey? Magma, Magma. Ja, weil dann brauchen wir Lava. Ja, ja, gut, scheiß drauf. Machen wir uns einen Tank hier, machen wir uns genau. Zack, Iron-Tank gemacht, Lava rein. Ja, wo ist die Lava her? Aus dem Nieder. Irgendwie dafür gesorgt, dass wir Lava kriegen. Mal gucken, wie, wissen wir noch nicht. Wie, das können wir dann entscheiden, aber dass wir wenigstens erstmal... Ob wir jetzt... Ob wir jetzt jeden Tag in den Nieder gegangen sind, haben 20 Dinger hier in den Dingern verbraten, oder... Magmatik-Entrance. Ja, aber es ist halt ein O-Met eigentlich. Zwei Stück, sechs braucht man, ne, für einen Hybrid. Ja. Okay. Magma-Engines, da brauchen wir dieses Inva. Ja, aber die liefern auch nur zwei Megachule in Magma, oder? Ne, vier. Vier, okay. Und vier. Wie geht denn dieses Inva nochmal? Ah, das ist immer das Gegen... Gute Frage noch. Sand und... Ach, nee, das ist... Sand und Ingwer-Blend, ne, Ingwer-Blend. Hier habe ich Iron und Nickel, oder Iron und Ferros. Iron und Ferros. Ferros müssen wir normalerweise... Haben. Aber ich denke mal, das machen wir jetzt offline lassen. Also wir könnten ein paar Magmatik-Engines. Eisendank, wie es der Ebene aufbaut, hatten wir ja schon mal. Schau mal, was mit... Wir nehmen einfach... Wir nehmen einfach den, den wir da unten... Genau, stehen hatten. ... bei der Wasserbefüllung hatten. Haben sie alle gesehen. Ja. Wenn nicht, dann schaut ihr früher im Video es an. Oh, schaut's euch an. Klar, klar. Sonst gibt's die Peitsche. Genau. Die sechseimige. Auf den nackten Arsch. Aua. Ah, damit ihr bescheid wisst. Genau, schau nicht zu blöd. Ah. Ja, wie lange sind wir denn? Sind wir fertig? Sind wir schon fertig? Ja, ich bin drüber, schon drüber. Ich bin schon fertig, ey. Meine Güte, ne. Ich bin schon fertig, danke. War gut mit dir. Danke, war gut. Ja. Sehen, haben wir heute mal wieder richtig viel geschafft. Ja. Wenig getan. Wenig getan. Viel Scheiße gebaut. Wie immer. Gut, dann würde ich sagen. Ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal. Scheiße. Hey. Genau, stay tuned. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ciao.